2 1 Leute heute spielen wir mal auf dem Server mit der lieben Sophie Moin Joa und äh eigentlich wollte ich ja heute ein Infovideo machen weil Dennis kennt heute ja leider nicht und ja muss ich Lückenfüller spielen Lückenfüller spielen ja nach anfänglichen Audio Problemen das Gäste eine Tage hat stimmt ich muss ja mal gucken ob ich vielleicht den Skype-Skin ändern kann so schön in rot hahaha warum nicht ich suche derweil schon mal ein Zeugraum die sind alle ingame schade 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 das können ja 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 Spiel läuft schon Stuttgart H4 ist auch voll H2 das ist für eine Rotze wollte ich euch nur informieren dass ich jetzt quasi Montag an alle zwei Tage Leipzig andere Seite und jetzt ist das OITC Dings ist frei und steht im Spiel 3 OITC 3 OITC 3 OITC 3 OITC 3 Dings ist übersichtlicher ja da stimme ich dir zu ok Ey, mal gute Rostung. Wieso? Was bin ich überhaupt? Was ist denn das jetzt? Survival Games, oder was? Scheiße. Die Karte sieht ein bisschen aus, wie die die Gomme mal gespielt hat. Vor... Schlag mich tot. Monaten. Oh, fuck. Scheiße. Die Karte getötet. Ich auch. Jetzt töt ich euch. Ohaha. Scheiße. Schon wieder getötet, diese... Oh. Oh. Diese... Nein, ich fluch jetzt nicht. Ich auch nicht. Müssen wir öffnen. Wenn man mal bedenkt, dass bei mir Kinderjährige zugucken, schlechte Idee. Oh. Da komm her. Haha. Oh. Wieso töten die mich? Gibt's doch nicht, ey. Alter. Das ist ein Cheater, 100 pro. Ja, ganz klar. Weißt du, was man mit Cheatern macht? Ja, es wär schrofft wie ich gerade, ne? Nein, an die Wand. Hahaha. Einfach mal so, aus Spaß und Sparta tritt. Warum nicht? Scooter. Das bringt's. Ah, jetzt kapier, ich's one in the chamber. Was? Das hab ich noch nie gespielt. Ah, einfach töten. Ja, das war klar. Oder auch GTA. Ich wohl gerade, ich würde jetzt scheißen. Haha. Oh, da war gerade so ein Faker, ey. Wieso? King, Young, and Mick. Mhm. Gerade, der hat voll abgeguckt von D nach. Ja, wollte gerade so sagen, kleiner D nach Handball. Ach, schon wieder getötet, ey. Guck's doch nicht. Ja, okay, ich bin nicht besser. Also, ich glaube, die Folge trägt den Namen Noobrunde. Ja. Verdammte Drecksscheiße. Ja. Drecksfühle. Aha, Pech. Ernsthaft, bei solchen Spielen krieg ich Tourette Wahn. Werd ich zu Lord Tourette. Hä? Was? Haha. Da war niemand. Der hat mich getötet. Ernsthaft. Ah. Warum? Ich könnte gerade das Reiki nachmachen. Ja. Jonas! Sag mir nix. Nee. So, King, Young. Ah, schon wieder getötet. Toll. Oh, King. Hör auf, wegzurennen, du. Ha. Weg. Was der D nach Rennen soll. Verdammt. Haha. Oh. Und nochmal, weil es so schön war. Na, geil. Na, schade. Hä? Ah. Was? Schon wieder getötet und raus. Geil. Das war nicht nett. Nee. Das war absolut nicht nett. Ach so, diese Abkürzung von den Servern, das sind die Spiele. Ich denke, ich kann nur 10 Minuten aufnehmen. Schneid's da einfach. Nö, kein Schneidprogramm vorhanden. Ja, wie lange hast du jetzt schon? Äh, knapp 8 Minuten. Genau 8 Minuten jetzt. Verdabbeln wir die 1 und 2 hier noch. Und dann können wir noch was anderes zocken. Also, dann werden wir erstmal von den Servern fähren. Von mir aus. Also, ich sag jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vergessen. Am Montag geht's schon früher los. 15 Uhr so ungefähr. Oder 16 Uhr wird gestreamt. Joa, wahrscheinlich ist Dennis dann dabei. Ah, du hoffentlich auch. Von mir aus. Joa, da seht ihr's. Und, äh, ja. Also, ich sag mal, das war's dann. Wir laufen hier nur noch einfach so hinlos umher. Willst euch nicht mehr reinziehen. Könnt ihr aber. Könnt ihr doch mal sehen, was diese crazy Ender-Perle macht. Äh, nix passiert. Haha, toll. Ja, jetzt sind wir schon bei 9 Minuten 40 angelangt. Dein Mikro klingt gerade akut scheiße. Ja, kann sein.